moin leute was geht ab herzlich willkommen ich bin grex und ich hoffe euch geht's grandios letzten stream habe ich mit ein paar viewern freunden und bekannten runden gezockt und eine davon möchte ich euch heute präsentieren wir haben gegen den dock gespielt der etwas verwirrt war wir hatten gute plays fragwürdige plays auf jeden fall hatten wir megamäßig viel fun und ich hoffe euch gefällt und somit viel spaß damit das war hier bisschen zu eng ok er läuft außen lang und bricht die tür ok ok wieso konnte der jetzt so schnell aufholen die Was ist gerade los? Was ist denn gerade los, bitte? Oh, Mann. Ihr seht einfach irgendwie ein bisschen verwirrt. Jetzt kann ich tatsächlich hier wieder durch. Mal kurz versuchen, den zu planen. Was ist denn jetzt die Runde, bitte los? Ich lieber mal auf Nummer sicher gehen hier, ein bisschen Abstand nehmen. Okay. Wir haben noch keinen Gang gemacht, aber okay, wir haben den Gang gemacht. Dafür megawäßig viel Bullshit. Okay, wir müssen uns beruhigen, alles klar. Okay, wir gehen für den Unhook, weil der ist anscheinend gerade hinter Suri her. Das ist so mega verwirrt. Dann habe ich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen zu spät Leertaste gedrückt. Dann hat er noch Kingpin dabei oder wie das Ding heißt, wo man dann andere schockt, wenn... Wenn man ihm zu nahe kommt. Ich sehe irgendwie in letzter Zeit die Survivor am Boden kaum mehr. Also das Game ist schon besonders. Um nicht zu sagen, sehr besonders. Schweinzieher ist am Haken. Ich vermute, er war alle Fälle enthüllt. So viel kann ich schon mal sagen. Schweinzieher hat ja kein DS mehr. Genießen, genießen, genießen. Okay, er kommt direkt zurück. Ich muss mich umhauen lassen, dass Schweinzieher vorkommt. Da ist der letzte Game. Wunderbar. Wo wird das nix? Ich hätte auf alle Fälle Adre. Genau, genau, mal eine Tür aufmachen. Das hört sich gut an. Vielleicht noch heilen. Heilen, Tür ganz auf, dann könnte das was werden. Gleich ganz aufmachen, das Ding am besten. Nuki, glaube ich, muss ich nochmal beruhigen. Jetzt kommt er. War klar. Ich hab's ja vorher schon gecallt. So, wo wird das Ding jetzt sein? Hier ist schon eins zerlegt. Das heißt, so nah ist hier keins mehr. Hier ungefähr könnte wieder eins sein. Ist aber nix. Ah, kablamm, wunderbar. Am besten mach ich gleich mal die Tür auf hier. Nuki ist ja eh schon dead hook. Oh, da ist wer am Anhook. Oh, da ist wer am Anhook. Meins, ich glaube, ich hatte auch noch Borgel. Nuki braucht noch Design-Sift, glaube ich. Das war auf jeden Fall eine witzige Runde aus meinem Stream. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Vielleicht ein Abo oder ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt bloß in die Kommentare, was ich besser machen könnte oder was euch besonders gefallen hat. Ich bin raus, freue mich aufs nächste Mal. Schaut auf Twitch vorbei. Bis bald. Peace. 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 Peace.